Na los. Ich kann ewig so weitermachen. Wo schnappladen? Na los. Zurück, verdammt. Naja, eine Operation wird das nicht. Ich geh hier lang. Es scheint, die Snitcher mögen die Ruhe hier oben. Das bleibt aber nicht so, wenn ihr sie erledigt. Und erst dann lassen wir euch rein. Ich finde ja alles Snitcher. Sieht schon nice aus hier mit dem Mond und der Kirche. Nur ein toter Snitcher ist ein guter Snitcher. Dort. Metz hier. Mal sehen, was hier drin ist. Mal sehen, wie ich dem Mond schocken kann mit dem Sniper. Das brauche ich. Ja. Nee. Zwei. 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 Hallo, Joelboy. Alter, macht der Damage. Hä? Ich hab ganz komische Soundstacks. Ich auch. Ich auch. Irgendwo hängt ein Zombie drinnen, macht Sounds. Ja. Ja. Ihh. Ach, das stimmt was. Gleiches. Nachher. Hier geflogen ist. Oh. Neu, ich will aufhören. Jetzt kommen sie aber hier. auf gott keine sorge ihr rekt jetzt solange ich staunen bin ihr müsst mich ins Video blieben ich glaube die Karte sobald einer down geht heilt die anderen die habe ich glaube ich auch drin mit dem Bild hier ich habe die auch präzter 6 also ganz viele ja es müsste stecken weil er steht mal drei wenn man abdrückt erst mal schießen ja lasse du kannst du doch sterben lassen wenn du tappst rückst das ist auch eine Option Du machst das doch da ganz gut Ich verstehe ja noch nicht so ganz, wie diese Splitter funktionieren Manchmal überlebt man Also kriegt man einen Hit ab und man ist nicht stuck Und manchmal kriegt man einen Hit ab und ist direkt angewurzelt Mal sehen, was hier drin ist Er stinkt oft zum Himmel und diesmal ist es nicht mehr Und da sind noch welche Boah Ah, der nächste Snatcher kommt auch schon Ich hab uns hier gut hingepackt Das war ein sehr seltsames Event Ah, ich bin gleich storn Oh ja, da kommen auch dicke Was, du bist dort tot? Das war's, ja Ja, mach nix, ich hab ein paar Tefis dabei Aber ich muss halt erstmal rankommen Da ist es drauf Na, du kannst mich doch retten Na, du hast froh denn Oder so Gott, das war ein Tollboy Danke Danke Alter Zwei oder was? Mindestens Hilfe Boah, die Tone wird kleiner Battle Royale oder was? Hä, echt so Ich weiß nicht, welcher welcher Aber einen haben wir fast Ja, nur ein Lebenssaggie für zwei Leute Das ist mir sehr klug Hier, die wechselt Ja, je nachdem, wie man selbst anvisiert hat Ah, okay Ich lasse ihr schießen auf Heide Zeit zu sterben Das Gebiet ist sicher Was? Boah, nein, 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 nein Danke für die Unterstützung Zum Glück geht's euch gut Ihr schaut doch nicht einfach nur vorbei Wir brauchen Hilfe Ja, hat man gesehen da draußen Drei Zombies haben ihn abgeschlachtet Ja, wir brauchen Hilfe Haha Haha Hahaha Hahaha Das war's für heute. Na, wir sind doch Freunde. Gerade mal ganz kurz weg. Ja. So, Nachschub. Pfff. 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 Ich kann das nicht begreifen. gut ja ich bin jetzt auch erstmal an den decks dran siehst du etwas das dir gefällt die ganz klassische goldene ak luft goldene die gibt es auch er geht es ist gar nicht jetzt auf das was ich komponio aktor ist es jetzt ja bei mir schon drauf also du bist doch mit dem karton bei mir drin ich kann es dann vielleicht vielleicht auch nicht philips sagte dass ihr kommt ihr wollt sein freund rogers der bastard hat einfach meinen truck geklaut aber ich diskutiere nicht mit dem lauf einer waffe das einzige was er da oben braucht ist eine holzkiste das ist ein ziemlich langer fußmarsch vom herrenhaus früher war es schön da oben früher mal ja lieber er als ich ich habe ihm gesagt dass er dort ganz allein ist ganz allein nun ich wollte nicht wieder zurück ich hab's philips gesagt dort wimmits von denen das macht sie nur wilder wie kinder an der keksdose da oben sind so viele von den viechern dass wir feuerfallen im wald platziert haben einmal haben sie uns erwischt das passiert mir nicht noch einmal er fühlts richtig wechselt irgendwer mit waffenart oder ich bin wieder stummgewehr ich bleib bei der sniper ich bleib bei was auch immer ich sehe gut aber mir ist prinzipiell egal Lars spielt die bratfahne ja eigentlich Pistolenarmor halt eigentlich die ganze zeit vielleicht schon wieder ein snatcher glaub ich ja ja schuss mal drauf ok muss nachladen stimmt was nicht hä hä ich hatte jetzt kein alarm ausgelöst ja der wollte halt nicht angeblich ja wenn man die schnell genug tötet lösen die nicht aus aber das klappt auch nicht wirklich konsistent es gibt nämlich glaub ich ne Ruheschaft ne ja ich hab die auf jeden fall schon aber ich weiß nicht genau wann und warum aber das war wieder so ein Fall ich muss uns mit Dr. Rogers treffen ok oh der Zaun ist zu kompliziert gibt nur Holzzaun hier entlang die kommen für was anderes nicht das ist wohl meins wieso haben die alle auf der Straße gelegen haben die grad demonstriert das ist halt echt so ein Sitzstreik hier ah äh Spitterino ich kann aufmachen ich kann aufmachen und ich kann aufmachen und ich kann aufmachen hier sind alldüns nicht dass jemand nicht mehr mithalten kann und was hast du davon und und was 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 ist das vorbei fack eigenbeschossen versuchst du etwa dich umzubringen ach scheiße der Stand ist aber auch nicht dass du den oh das Level wird gut wenn ich die Aufgabe schon sehe äh der Stand ist aber nicht dass du den aufgeschreckt hast wie geht's dir mit allem hau oh und Vögel let's go hehehe scheiße Karne pass auf wo du hinschiehst das das noch mal Vögel hehehe du hast doch gutes Level oder? ja mann das läuft nice pfff pfff heheheh 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 du bist kommst weg weg oh god bei uns ein Torber Jungs bleib bitte zusammen was ist? ein Torber bei uns wer ist jetzt gar keine weib hier hier nicht drauf das erweckt euch so Natürlich spott da jetzt auch einer. Ach, so eine Scheißwelt. Seh mal nach, was hier drin ist. Vielleicht eine Art Amateurfunktion. Das neuste aus dem Herrenhaus haut für euch der J-Man raus. Ich sende für jeden, der zuhören will, falls da jemand ist, der zuhören kann. Falls jemand da draußen ist, ich habe wieder Nachschub von unseren Freunden und Sponsoren beim KSC bekommen. Gutes Zeug. KSC? Hab ich doch gerade verstanden. Seh mal den Horrorvoller Radio, lieber Hörer. Fakt ist, das war kein Zufall. Kaum steigen wir auf Elektroautos um und stellen überall diese Bindräder auf, verschwinden einfach sämtliche Bienen. Ach nö, das ist so ein Spinner. All diese Milliardäre, die ihre privaten Raketen ins All schicken. Du schaust in die Augen dieser CEOs wie silbernes Glas. Die kommen nicht daher, wo ich herkomme. Meine Fresse. Mein Gedanke. Das gehört zu ihm. Nein, den Boden. Ich pack da oben mit. Das ist dann. Das nehme ich. Und gesichert. Harter Kampf. Wir haben es geschafft. Hallo, lieber Hörer. Ich habe vielleicht eine Story. Oh, scheiße. Fuck. Oh ja. Das war mein letzter Whisky. Verdammte Scheiße. Das nehme ich. Wie eklig. Da drüben. Exploder. Nicht die Vögel aufscheuchen. Du ein Kratzer. Es ist ätzend. Ich bin lieber Ärztin als Soldatin. Ich bin lieber Plot. Nice. Wow, wow. Das war gut. Das war gut. Da hinten brennt's. Das brauche ich. Ist auch Zeit zu gehen. In Positionsnähe ist gestern eine Patrouille verschwunden. Auf ungewöhnliches achten. Ich sehe Rauch. Aber da kommen weiterhin viele Infizierte durch. Aufpassen. Diese Treppe ist reichlich morsch. Gerade Nacht. Wo die Treppe von der roten Morschner erbaut hat. Ich dachte, du wärst ein echter Volta. Ich dachte, ihr schießt auf Pfeife. Hast du's? Hast du gehört, wer dich umzubringen? Jetzt ist es Zeit. Es ist so weit, lieber Hörer. Der J-Man ist auf Stando. Tja, lieber Hörer. Sieht so aus, als ob der ganze Wald in Flammen stehen. So was Schönes hab ich seit dem 4. Juli nicht mehr erlebt. Der wundert sich, warum können Bienen mehr die Folien? Auf die Eck. Und denk nicht, dass ich verbittert bin, lieber Hörer. Oh nein. Ah, nein, jetzt. Der hat mich gerettet. Klar, Sie haben mein Haus. Aber ich lebe. Wäre ich noch in Philly, wäre ich jetzt wohl Wurmfutter. Ich trink auf dich, Darling. Denn du hast mir meine Frage geholfen. Wenn du heute Abend raus musst, viel Glück. Und lass den Finger am Abzug. Hier ist der J-Man. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Da drüben brennt irgendwas. Bin jetzt? Kaptus, kriegst du mich jetzt hin? Komm, verweist es! Schade nach! Brobel! Schade nach! Schade nach! Das geht nicht, verspür ich. Hier lag! Verweist das! Das kümliche Tor, okay. Lecker, der geholte Infizierter, warte. Warum bummert das hier so? Für die Dramatik. Ja, die Heck. Oh! Die Haare ab. Was ist mit dem KFC los? Alter! Oh, da kommt noch ne ganze Horde. Ich werf ne. Alp. Okay, danke. Sehr gut. Oh, die Brücke steht noch. Das ist gut. Das ist gut zwischen dir auch. Nimm dir Zeit für ein paar Schießübungen. Das ist in Zukunft auf, wo du hinläufst. Kommt, bewegt euch! Wir haben's wohl überstanden. Na, na, na. Ich dachte, du wärst ein echter Soldat. Ich dachte, ihr schießt auf keine. Nein, denn! Nein, denn! Du, was hast von mir, du Hörst! Ja, alles was sich halt bewegt. Solange, bis die immer nie weg ist. Das nehme ich. Oh! Der Vibrillator hier! Der Vibrillator hier. Das geht jetzt schon wieder ab! Hier oben ist ne kleine Sniper Ja Mitten im Visier Ich schimm das Timo schonmal in Tobi Vielen Dank auch Danke Oh, ne Rutsche. Wenn du das gesehen hättest. Ah, was sagt man dazu? Was können diese verbrannten Infizierten jetzt eigentlich? Brennen. Ja. Ah. Ja okay, die machen echt Feuerschaden, auch wenn man die melee. Oh je. Scheiße Karni, pass auf wo du hinschiehst! Mann ey. Five. Oh. 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 Oh ja. Ah. Alter. Das muss echt weh kommen. Ja, Pfoten weg. Danke. Ich geh hier lang. Mal sehen, was hier drin ist. Hier geht's nicht lang. Da drüben? Hier stinkt was zum Himmel und diesmal sind's nicht wir. Ah, Security Door. Hat jemand? Wir brauchen Licht. Das gehört mir. Ich brauche Abstand. Die brauchen uns das auf jeden Fall schon was. Security Door. Eine Pickern habe ich noch. Entweder den Raum oder die Tür. Ja, mach den Raum. Genau, weil die schlagen hier jetzt schon wieder die Tür ein. Können wir uns das sparen. Ich kann nicht noch mal heilen. Auwe. Ja, gleich so weit. Ich guck mal grad hier hoch. Oh, ne, oben sieht's gar nicht gut aus. Ne. Ich muss mehr Medics einpacken in nächste Runde auf jeden Fall. Oh, ne, ich bin runtergefahren. Oh, ne, ich bin runtergefahren. Ich bin runtergefahren. Ich bin runtergefahren. Ich bin runtergefahren. Das ist nicht. Ja. Ich bin runtergefahren. Flick hier einen Pool voll Blut. Ja, lass jetzt mal die Welle klären, weil Tobi passiert ja eigentlich nichts. Danke auch. Fürstet. Okay. Weil langsam wird es echt eng von HP her. Danke für deine Unterstützung. Danke, Dark. Hier drüben. Das ist raus, Walter. Five. Ja, den was auch mal kommt. War nicht mehr viel Lucke, ja. Sehr gut. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Gibt es eigentlich Bonuspunkte, wenn man das Match bewertet oben rechts? Keine Ahnung. Ich mache es ab und zu, aber irgendwie kam da noch nie ein Return für. Ja, warum bin ich nicht dafür verwertet, wenn man Feedback gibt. Chicken. Der Kollege liegt schon ein bisschen länger. Oder da hatte jemand Hunger. Ihr müsst ihn beobachten und wenn nötig evakuieren. Frühere Tests waren, sagen wir mal, etwas unberechenbar. Da haben wir es. Das muss klappen. Wir sind fast am Ziel. Sorgt unbedingt für seine Sicherheit. Hope one out. Also ich hätte wieder zwei Pick Guns. Ist ein langer Weg. Nimmt vor. Ich denke, wir haben es zu finden. Zwei oder so reichen, glaube ich, pro Level. Außer wir haben halt wieder so einen Haufen Alarm-Tyme. Du hast es drauf, HR. Immer noch. Er will schon ewig leben. Zurück! Zwei oder so reichen, glaube ich. Wenn alles nach Plan läuft, solltet ihr bald am alten Bootssee sein. Wenn die Fähre noch funktioniert, überquert ihr am besten damit den See. Hier gibt's einen ersten Hilfekasten. Vielleicht gehst du mal vor. Nicht mein Fehler, wenn du im Weg stehst. Ich wusste es, ich hab schon drauf gewartet. Was? Dass es ein Level gibt, wo man ein Boot herziehen muss. Genau deshalb will ich keine Freunde. So, wir sehen in jedem Zombie-Game, Tobi, weißt du noch? Ja. Bei World Pro 7 war es auch so. Oh, da liegt eine MP5. Na, jetzt ist es schon mit aufsetzen. Kann man doch die Pickern benutzen, um das dann schneller geht? Oder ohne Alarm. Also ich kann nur E drücken. Ich probier's mal. Die Pickern, ja. Was, wenn ich jetzt nicht drauf gewesen wäre? Oh, da hätten wir auch zu Fuß gehen können, so gleich wie das Wasser hier ist. Nee, wären wir drunken. So wie ich vorhin. Ja, ich bin runtergefallen, wie auch immer das passiert ist. Ja, ich bin runtergefallen, wie auch immer das passiert ist. Tag und Tag. Und... Ich war bei Newquane klitschisch, ich bin jetzt mal rübergeklettert oder irgendwie sowas. Ja, also, ähm... Na... Ich kann nicht was dafür. Sad, ich kann mir das kurz damit... Der Deck aus Schlagland. Oh! Lull. Waren wir das so schwer ohne Tobi? aber was ist jetzt der unterschied dass wir das mit der pickern gemacht haben wäre dann noch mehr gekommen nicht so schlimm vielleicht ging es aber nur schneller vielleicht hätte er sonst eine durchgehend drücken müssen und rüberziehen manuell ja ich glaube dieses haus ist nicht groß da kommt er ach das haus schützt uns schon vor dem ober aber wer bist du denn jetzt wo was geschieht hier schon wieder k ja deswegen freut sich nie jemand nicht zu sehen ja er ist da oben hier eine Zwist hat er verloren ja das macht ihm immer richtig gut damit schon mal ja ja hau ab ja die zombies haben gar nichts mitgekriegt ja jetzt nur ein paar nicht zu sehen wie auch die 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 Ich bin nicht gelockt. Na, hier, Ding Maddex, ich heile euch mal ab, weil ich hab bessere... ...dünns. Soll ich den Raum hier öffnen? Ja, ich steck jetzt zu uns nicht immer. Oh. Fakte, Rainer. Ich bin irgendein Name drauf. Munition. Erste Hilfe, Stein. Ah, jetzt hat er mich. Pass in Zukunft auf, wo du hinläufst. Da kost' nur Ladung, sind noch im Schrank. Mhm. Hm. Hm. Cowboy! Was ist das, was ich dabei? Was ist das, was es dir so schwer ist? Bäh, blieb. Ich stehe euch nicht auf dem Speiseplan. 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 Geil, ich werde einfach von seiner Leiche erschlagen. Ich stehe euch nicht auf dem Speiseplan. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich stehe euch nicht auf dem Speiseplan. 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 Ich stehe euch nicht auf dem Speiseplan.